Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dark Souls 3. Es ist wieder mal lange her, ich habe die beste Ankündigung nach langem in einem Aufnahmefall von mir gemacht. Könnt ihr euch da gerne anhören, so als, keine Ahnung, Hörbuch oder so. Da das Bild sehr laggy ist, alle 5 Minuten ein Frame, könnt ihr euch anhören, wenn ihr schlafen gehen wollt oder keine Ahnung was. Und hier jetzt, hiermit werde ich diese Aufnahme von über einer Stunde nachholen, aber ein bisschen schneller. Ja, damit ihr nichts verpasst. Visuell her, meine ich. So, Heimannknochen. Come on, der Are you, der Are you, bitte benutzen. Äh, Leuchtfeuer der letzten Rast. Allem Feuerbandschein, da haben wir kein Business. Kaiser Glocke. Einer von Kaiser, der Göttin der Tränen, gesegnete heilige Glocke. Sie ist selbst bei geistlichen Karin zu selten. Dieser Beschleuniger wird ungewöhnlicherweise durch bla 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 bla. Okay. Na dann. Los geht's. Halt. Ich hab was vergessen. Der Aufzug. Geschwind zum Aufzug. So. Ich hoffe sehr, dass diese Aufnahme sehr viel besser sein wird. Nicht nur qualitativ von der Kommentation her. Äh, Kommentierung her. Natürlich. Sondern auch vom Bild. Hallo. Jetzt sind auch die ganzen Leute hier gespielt. Sehr gut. Ich hab einfach, glaube ich, den falschen Encoater verwendet. Yeah. Oh, Hitkill. Fürst. Oh, ich dachte schon. Fürstet meine Klinge des Frostes. Hey, come on. Hey, Kimmeln. Hey, Kimmeln. Lalalalalalalalalalala. Oh. So. And you are dead. Hello. Sind das Bombenfässer? Ich hab keine Ahnung. Moment, woran erkennt man Bombenfässer? Soll ich das die Bombenfässer machen? Also ich meine, dass die so aussehen, oder? Warten. Moment. Ah ne, ich muss eh runter, ne? Dass du siehst. Okay, komm. Okay. So. Komm. You are dead. Das hier waren Bombenfässer, ne? Ich mich nicht irre. Okay. Dann sind die Holzfässer, die nur aus Holz sind, normale, und die, die so umwickelt, umdeckt sind, das sind dann die Bombenfässer. So. So. Sehr gut. Dann mal runter in den Turm. Was doch immer seine... Äh... Dein Zweck hier ist. Copyrighted. Oh. Hey. Nein. Nein. No, 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 no. Ich werde zu übermütig. Ich werde zu übermütig sein, aber ich werde zu übermütig sein, aber ich werde zu übermütig sein. Na. Hey. Hey. Nein. Ich wollte treten. Ich habe vergessen, wie das ging. Mann. Macht eine Rolle. Mann. Macht eine Rolle. Gibt es doch nicht. Gott. Naja. Ach ja. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein Los, 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 hopp, 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 warten, tactical warten, sehr gut, ach komm, je mehr Seelen desto besser, der hat nix getroppt, na gut, oh, 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 was für Chaos, ey, ja, jetzt habe ich die am, ach, die kommt selber, ach, da war nur ein Hip, warum, warum, warum habe ich die mit einem Hip getötet, so, ich bin hier, meine Seelen einzufordern, ey, das gibt's doch nicht, nein, nein, ich habe mich verdrückt, ich habe mich verdrückt, nehmt die Seelen, Junge, danke, das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht, ich mache mich, ich stelle mich echt blöd an, ey, noch mal trinken, Junge, gibt's doch nicht, ey, rolle, oh, ey, ey, oh, Rollen. Oh, Mann. Ah. Licht. Wär schlicht von mir. Hey, zwei Flakons. Yeah. Nehmen wir ihn etwas. So. Hoch. Dann hätten wir den jetzt auch abgefrühstückt. Durchgegrast. Weggemampft. Was auch immer. Und das ist das. Oh, det geht es. Oh. Ich gucke. Oh. 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 So, zur Grenze der Phahronfeste bitte. Heilige Flamme. Was auch immer man hier macht. Und hier So ist er gerade aufgeschlagen okay wo wie das dort stehen müssen wohl mexikanische burritos gegessen haben sollte weggehen einfach still stehen und nicht bewegen dann sieht er einen nicht ich könnte jetzt eigentlich ach nee komm der letzte rückenstecher hat mich umgebracht in der aufnahme fällt irgendwann dort ich komme in frieden usa style mäßig meine ich ein joh und wie viele haben überlebt zwei haben überlebt ich war okay dann wurfmesser vor sie bin zum picken das war da oben da oben war schwarzes käfer kriegelt schon dreimal genau ich sollte ach so okay ja ich sollte mir mal anschauen was die eigentlich machen ne nein nicht hier zurück hier stärkt vorübergehend die dunkel schaden da ooooh okay Nein! Nein! Niiiihihi! Ich bin ein Güter, Junge! Ja komm mit deinem Machtschluss her, du! Ey! Schau doch nicht! Ja, abhauen, abhauen, abhauen! Zuck, zuck! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! 1, 2 So Mann! Da hink ich immer Das gibt's doch nicht! Ai, 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 caramba! Was hat er? Geborst ne rote Augäpfel Yippie! Möge, dass ich mich führe Praise the sun Oh, jetzt kommt der dann, ne? Glückchen! Gluck, 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 gluck! Äh... Möge die Macht mit dir sein! Möge die Macht mit dir sein! Frohe Ostern! Hello! Au! Voll in die Klingel geräumt! Gibt's doch nicht! Na, 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 na! Hey, das wollte ich machen! Mann, oh! Ist doch nicht die Möglichkeit! Abhauen! Abhauen! Mission! Mission, er braucht, Er braucht Mission! Da brauche ich mir fast tot! Nein! Man! Rolle, schneller! Hallo, kommt ihr mal hin? Na los, ich gehe schon mal dahin, wenn es euch nicht stört, ok, ok, in den Pelvis, so. Wow, keine Bewegung, dann sehen die eigentlich drei Lotpügelchen, lecker, 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 nie, vier, ah nee, drei, ein Moment. So, da sind wir wieder. Wer heißt du da für mich? Faules Kiefer und Harz. Die Seelen sollte ich holen. Die habe ich fast wieder vergessen. Hey, die Dunklen sind tot. Ein Hoch auf die Toten, Dunklen. Gerüsteten, natürlich, ne? So, hallo. Das ist zwar seltsam gerade. Aber so eine Frage, kann ich eigentlich... Kann ich mich eigentlich an Leichen heilen? Und dann müssen die lebendig sein. Nice. Hallo, hallo. Please. Who wants me? You want me? Come on, I'm here for you. Oh lol. Oh. Moment mal. Yeah. Wow. Ja, gut. So früh gesprungen. Oh. Finsterschwert. Finster gemaschen. Oh. Oh. Was kannst du? Stampfen. Mhm. Nur mal so aus Interesse. Ich kann das Ding sogar tragen. Oh. Geil. Oh. Oh. Wow. Cool. Funky. Mit zwei Händen. Okay. 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 Äh. 14 Minuten. Ich würde sagen, ich schaue mal, wie es mit den jetzigen Einstellungen so ist, ob die Aufnahme gut geworden ist oder ob sie wieder laggy ist und nicht wieder alles in vorne machen soll. Und bis dahin schicke Beine und bis dahin schicke Beine und bis dahin schicke Beine. Ja, Prinzipien halt. Ich habe eine extra lange Folge versprochen. Die ist Mist geworden. Jetzt mache ich die nach, aber die ist 14 Minuten. Hat nicht das, was sie haben sollte. Ich meine es ernsthaft, ich muss eine kurze Pause machen. Und daher wird es zwei Folgen an einem Tag geben. Mit hoffentlich dem, was, ja, äh, ja, was nicht gut geworden ist. Also, tschau. Äh, mit V. Nein, mit S. Nein, ah, okay. Tschüss.